Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzinfo über das heute frisch erschienene Betriebssystem macOS 10.13 HiSera im Zusammenspiel mit InDesign. Ich habe hier mal ein frisch installiertes macOS HiSera 10.13 und darauf läuft ein CC 2017 von InDesign und nun zeige ich mal was passiert, wenn man damit InDesign bedienen möchte. Außerhalb der Seite ist noch alles ok, aber begebe ich mich jetzt mal auf die Seite, seht ihr was passiert, der Körser verschwindet und komisch pixelartige Boxen erscheinen. Menüs lassen Schärme noch halbwegs vernünftig bedienen, auch das eine oder andere Werkzeug kann man relativ vernünftig benutzen, aber ich bin auf ein paar komische Merkwürdigkeiten auch noch gestoßen, beispielsweise bei der Textauswahl scheint sich irgendwie alles schwarz zu färben, schaut also aktuell nicht so gut aus. Der Fehler ist aktuell nicht behoben, also wartet bitte unbedingt mit dem Update.